Ja, hallo zusammen. Wir haben ja bald Ostern und ich habe ganz pünktlich zu Ostern eine wunderschöne Kollektion bekommen und zwar mit Niki. Es ist so kuschelig und weich, also das will man einfach nur anziehen und sich wohlfühlen. Als erstes zeige ich euch mal ein Baumwollshirt aus dieser Kollektion. Es ist so ein bisschen oversized geschnitten. Natürlich wieder mal meine Farbe, dieses schöne hellblau und die Preise sind gut. 49,95 Euro ist natürlich reine Baumwolle. Passend dazu gibt es also dieses tolle Niki-Shirt, was also einfach nur Wohlfühlcharakter hat, wo man sagt, das fühlt sich so toll an, das muss ich einfach sofort anziehen und mich nach der Sauna wohlfühlen zum Beispiel. 49,95 Euro. Das Ganze gibt es auch in einem Streifen, was ich ja auch immer frisch und toll finde. Auch so ein Oversize-Shirt. Alle Teile gibt es von XS bis XXL und ich glaube, da können wir jeden glücklich machen. 59,95 Euro. Passend dazu gibt es ein süßes Baumwollkleidchen schon mit einem Halbarm, das ihr jetzt auch schon mit einem Turnschuh oder so gut anziehen könnt. Und das kostet 69,95 Euro. Ich würde natürlich gleich hier so einen schönen Ringel drüber setzen, weil dann ist es noch ein bisschen wärmer und ganz süß angezogen. Wer schon ganz in die Sonne fährt und wo es schön warm ist, gibt es schon eine tolle Short, auch in diesem weichen Niki, dazu passend für 39,95 Euro. Hier haben wir noch was Kuscheligeres. Der ist innen so ein bisschen angeraut. So ein Sweatshirt-Hoodie-Mantel. 119,90 Euro. Das ist eine ganz, ganz weiche Baumwolle, also unheimlich schön zu tragen. Könnt ihr super mit einer Jeans anziehen und natürlich mit dem ganzen Programm hier. Eine zweite Farbe gibt es auch, dieses tolle Koralle. Also das finde ich auch wunderschön. Je nachdem, ich bin der Blau-Fan, aber es gibt ja auch Korallen-Fans. 39,95 Euro, dieses Short. Es gibt auch dieses schöne Oversized-Shirt in Niki, in diesem Koralleton. 49,95 Euro und natürlich den Streifen dazu. Und der kostet, schauen wir mal, 59,95 Euro. Für die Pink-Fans habe ich natürlich auch was gekauft. Ein sehr schönes Baumwoll-Ribkleid oben. Unten ist es dann glatte Baumwolle, ein bisschen angereiht. Eine sehr, sehr schöne Länge, finde ich. Und das Kleidchen kostet 69,95 Euro. Dazu passend habe ich auch wieder dieses Oversized-Shirt in dem Pink, dass man es schön drüber setzen kann, wenn man noch nicht erbenlos jetzt gehen will. Und das kostet 49,95 Euro. Super süße Kombi. Niki ist ja ein Riesenthema und da habe ich natürlich auch was von Yippie Hippie. Das ist ein sehr, sehr schönes Weißes mit so ein bisschen Applikationen drauf. Auch hinten Under the Sun und das kostet 149,90 Euro. Das Ganze gibt es auch noch mit Kurzarm, mit dieser tollen Palme drauf. Finde ich auch sehr süß mit diesen schönen pinkfarbenen Stitchings drauf. Und das ist 199,90 Euro. Wer ein Gut Karma möchte und das vielleicht ins Osternest legen möchte, habe ich hier noch ein süßes Shirt. Hat hinten so eine Kellerfalte. Ist also auch schön lässig geschnitten und kostet 49,95 Euro. Dann gibt es noch ein paar süße Shirtles von Grace. Das ist so eine etwas dünnere Baumwolle schon mit diesen tollen Pailletten drauf. 79,95 Euro. Süß gemacht mit diesem Kaktus hier in der Mitte. Also richtig farbenfroh. Ein San Diego gibt es natürlich auch. Muss man ja nicht unbedingt hinfahren, aber man kann das anziehen mit einer schönen Jeans. Und das kostet 79,95 Euro. Ein Edbeer-Shirt in diesem Neon-Pink. Ist auch sehr schön, auch ein bisschen oversized geschnitten. Und das kostet 99,95 Euro. Weil da einfach noch mehr Pailletten drauf sind. Und das ist auch eine andere Ware von der Baumwolle. Also alles 100% Baumwolle natürlich. Und hier gibt es noch ein orange-pinkes. Für die orange-pink-Fans ein süßes Kleidchen. 69,95 Euro mit dem Kurzarm. Also ich finde, Ostern ist angesagt und gerettet. Kommt vorbei und gut Job für Ostereier. Die Jutta!